Was machst du? Klettern, Calisthenics? Genau. Welche Probleme hast du? Innenrotation. Schmerzen? Nein, gar nicht. Aber Bewegungseinschränkungen? Genau. Wenn ich jetzt so... Dann ist hier Ende. Dann gibt es das. Und willst du einen Over-Wide-Squad lernen? Ja, beziehungsweise ich will einfach mobiler werden. Ich bin jetzt gar nicht der große Gewichtheber oder so. Aber es geht eher darum, halt Bewegungsfreiraum zu haben und Bewegungsspielraum. Nö, nö, nö. 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 Captain Monkey. Captain Monkey. Captain Monkey. Wir müssen mal so ein Video bitte machen. Einmal so laut ist das. Okay. Okay. Das machen wir. Mach mal das hier. Monkey. Why not? Nö, aber würdest du es sagen, diese Sachen mit dem Stock bringt es immer enger zu werden und diesen Punkt, wo man das Gefühl hat, nicht weiter zu kommen, immer wieder rüber zu gehen. Das Problem ist ja, was hast du, was hast du gerade noch gesehen bei ihm? Spinnen wir mal ein bisschen hin und her. Latt ist auf jeden Fall ein bisschen teils. Ein elektorales Mino wahrscheinlich, vermutlich. Du schreckst das mir einfach voll an, das ist schon mal geil. Stock ist ein Tool. Ich würde aber gucken, dass du halt deine Motoren einfach mal anschmeißt. Und hier musst du halt einfach mal drauf gucken, dass du... Du wirst halt hier reingezogen. in der Rotation der Schulter beziehungsweise in der Rotation. Du musst da gar nicht richtig drauf gucken. Genau. Und das ist da ein voller Faller. Stock ist ein Tool. Ich würde aber überlegen. Du hast auch bei Head einfach das Problem, ne? Genau. Also bei allen Sachen. Ob das jetzt hier her ist oder auch wenn ich in die Position hier... Darf ich eine Sache angehören? Bitte, bitte. Okay, cool. Jetzt bauen wir mal den Daumen mit ein. Ja. Den Resten legen. Du legst dich... Zeig dir, was du machst. Bauchnagel. Kannst du mal kurz mal... Legst du den Arm raus. Ich möchte aber, dass du den Daumen zum Boden ablegst, ja? Zeigefinger, Daumen. Und dann versuchst du hier schon eine Außenrotation der Schulter zu bewirken. Die Schulter bleibt aber liegen. Dann schiebst du den Arm raus. Legst dich zur Seite. Das ist ja eigentlich die Position, die du beim Stopp haben willst, wenn du dann halt in den Vistophil rein willst. Den Stretch halt für die Brust. Genau. So. Dann gehst du hier raus. Wie gesagt, Außenrotation. Drehst den Unterkörper aus. Und dann müssen wir halt schauen, dass du nicht das hier machst. Deinen Latz will dich halt hier reinziehen und dein Pektoralis auch. Wir müssen gucken, dass wir dich hier öffnen. Ja. Sprich, Latissimus macht Innenrotation, ne? Und dann versuchen wir mal eine kleine Contract-Relax-Geschichte. Okay? Cool Idee. Also letztendlich, um das Ganze nochmal aufzudröseln. Wir versuchen halt Pektoralis ein bisschen freier zu bekommen. Wir versuchen die Außenrotation da auch ein bisschen zu verbessern. Weil er eben in die Innenrotation gezogen wird. Und letztendlich, Latissimus hat eine Innenrotation, die er bewirkt. Letztendlich wollen wir da gegenarbeiten. Also wirklich viel gegenarbeiten. Contract-Relax-Geschichten, immer eine gute Sache, ne? PNF-Style. Anspannen, entspannen. Also in einer Dehnposition wirklich Kraft wirken zu lassen. Aktiv zu mobilisieren. Und dem Nervensystem den Reiz zu geben, in der neuen Position oder in der ungewohnten Position sicher zu sein. Mal gucken, was er sagt. Jetzt fängst du mal an. Kannst du ruhig den Arm erstrecken. Jetzt fängst du mal an, mit dem Arm gegen meine Schulter zu pressen. Ganz langsam. Und bemühe dich aber darum, den rechten Arm umso fester in den Boden zu drücken, damit du hier die Kraftachse aufbauen kannst. Fahr langsam hoch. Wenn du sagst, jetzt habe ich 100%, zähle ich mal langsam 10 runter. Core-Aktivität noch mit drin. Ja, okay. Jetzt drück, richtig drücken. Richtig drücken. Mehr. Vor allem hier gegen meine Schulter. Ja, push, push, push. Schrecken in den Arm. Gut so. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Relax. Bleib auch in der Position. Jetzt machst du folgendes. Arm nochmal durchdrücken hier. Kannst du den Kopf anheben. Jetzt schau mal zu der Hand und wenn du es schaffst, zur anderen Hand. Schau mal. Genau. Schau mal. Schau mal. Mega gut. Und weiter. Und weiter. Mal so zehnmal hin und her. So. Contract Relax. Genau. Schön von Hand zu Hand. Die Halsmuske dann mal so ein bisschen. Yes. Und letztendlich in eine neue Position gekommen. Dadurch, dass das Nervensystem erstmal locker lässt. Mal wieder rum. Wir versuchen hier die Dehnungstoleranz zu erhöhen. Komm, 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 komm. Sehr schön, sehr schön. Nice. Und damit mehr Range of Motion zu bekommen. Mhm. Das Nervensystem mehr Sicherheit zu geben. Mhm. Und durch den sogenannten Stretch Reflex. Könnt ihr alles gerne mal googlen. Lässt das Nervensystem locker. Okay, kleine Pause. Was du jetzt machst, ist den Arm ein bisschen höher legen. Noch höher legen. Wird der Tonus des Nervensystems generell ein bisschen reguliert, damit es sich nicht verletzt. Weil wenn es in einer Dehnposition, in einer unangenehmen hohen Spannungsposition dann nochmal Tonus reinknallt, ist das Potenzial für Muskelzerrung, Verspannung und so weiter extrem stark gegeben. Super. Okay, nochmal. Genau. Anderes läuft auch. Apö apö. Druck aufzubauen. So fünf Sekunden, sechs Sekunden. Und wenn du sagst, du bist wieder auf 100 Prozent, gib richtig Stoff. Ja. Du darfst mich richtig pullen. Puschen. Ja. Zehn. Neun. Acht. Gut so. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nachheben. Einen machen wir noch. Lange Arm. Einmal nochmal pushen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und nochmal. Zur Hand gucken. Zur rechten Hand. Und zur Decke. Zur rechten Hand. Und zur Decke. Und bemühe dich nochmal die Schulter rauszudrehen, wie du es eben hattest. Das war so. Yes. Genau. Entgegen. Ich gebe dir sogar ein bisschen Luft hier wieder. Ich gebe dir ein bisschen Luft. Und zum Arm schauen. Weg von meinem Finger. Komm weg von meinem Finger. Gut so. Das ist schön. Sauber. Geil noch. Ne? Wie gesagt. Das Einzige was wir jetzt einfach machen. Wir ziehen hier vorne alles auf. So. Kleine Pause. Wollen wir gleich die andere Seite. Aber fühle es erstmal in die Schulter rein. Mega geil einfach. Mega geil einfach. Wirklich mega geil. Guck mal. Mach das ruhig mal am Stehen. Achte mal auf deine Schulter. Rein riechst die wunderbar. Nochmal. Ohne dass der Oberkörper ausreicht. Okay. Nochmal rausdrehen. Aber nicht über die Wirbelsäule arbeiten. Nicht über die Wirbelsäule. Hier wieder straight rein. Okay. Wieder rein. Nur die Schulter. Genau. Und wieder raus. Das ist ein Gefühl dafür bekommst, dass du das hier auf Länge kriegst. Weil da ist jetzt. Da hat sich ein bisschen was gelöst. Das haben wir eben gesehen. Ach guck mal hier. Schon kann man den Lack ganz anders packen. Okay. Nimm dir mal die Stange. Mach mal so eine Ombachgeschichte. Fühl mal jetzt halt in den Seitenhänden. Wie ist das ab? Viel offener direkt. Krass. 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 Meinst du den jetzt noch ein bisschen weiter. In die Stange. Krass. In die Stange. Also oben drehen, na? Ja. Als würdest du die Stange zerbrechen wollen. In dem Sinne. Damit du eben Serratus hier mit rein bekommst. Damit du entgegen vom Latt arbeitest. Damit der einfach so ein bisschen inhibiert wird in seiner Funktion. Dich hier rein zu ziehen. Das fühlt sich gar aus. Krass. 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 Was merkst du selbst? Dass hier die Seite gerade viel angenehmer ist beim Strecken. Der Schulterberg ist auch ein bisschen näher der Wirbelsäule angenehrt. Hier stippelt das ein bisschen ab, weil der Lat natürlich hier vorne dich vor reinzieht. Dadurch haben wir den Pull die ganze Zeit nach vorne. Aber das hast du hier nicht mehr ganz so krass. Und am Latz waren wir gar nicht so großartig dran. Wir haben letztendlich entgegen die Position des Latz gearbeitet, um einfach die Muskeln zu aktivieren, die letztendlich bei dir zu wenig aktiviert sind, die eher zu schwach sind. Was du ja machst, wenn du einen Muskel aktivierst, inhibiert sich der andere automatisch. In Verbindung mit dem Stretch Reflex, den wir ausnutzen aus der großen Position. Und so kannst du dann damit auch ein bisschen arbeiten. Wir probieren das vielleicht nochmal auf der anderen Seite. Geil, ey, stand voll. Mega nice. Dann schauen wir mal, dass du den Overage Quad kannst. Ganz ehrlich, wenn man deine Videos sieht, dann denkt man sich, komm, das muss doch zumindest mit Terrabant gehen. Und dann, das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Deswegen, wirklich, wirklich, hab eben schon Monique gesagt, geil, was ihr macht. Sehr gut, das freut mich sehr. Wirklich, das auch zu verbinden, ob es jetzt Kali ist und Gewichtthemen wie bei dir. Und das wirklich... Ja, sehr gerne. Also ich meine, wenn wir dazu inspirieren können, dann ist so das, was mir letztendlich am meisten Freude bereitet. Also ich bin ja auch als Trainer unterwegs, aber mehr so Rückencoachings und Functional Fitness. Und ich hab einfach, zum Beispiel am Rückencoaching mache ich manchmal, da die Kniebeuge vom Stuhl aufsteht. Ja. Die Leute sind älter, Fabrikarbeiter teilweise und sowas. Und dann sagt ihr so, ich kann nicht. Ich komme nicht bis auf den Stuhl. Und dann kam bei mir das erste Mal dieses so, warum nicht? Das hat ja nichts nur mit Muskelschwäche oder sonst was zu tun, sondern die hat einfach den Bewegungsspielraum in der Hüfte nicht. Richtig. Und dann sagst du, wie setzt du dich denn hin? Ja, den Rest fall ich. So sah ihr Leben aus. Und dann wirklich durch euch sagst du, hey, guck mal, mach das, mach das. So, bewegt dich. Cool, wow. Und seitdem kann die ohne Probleme sich hinsetzen. Sehr cool. Deswegen, wenn ich immer... Das geht Lebensqualität wieder. So eure Sachen, ja. Ja. Sauber. Dann schauen wir mal, dass wir an der nächsten Seite arbeiten. Geil.